Herzlich Willkommen liebe Clasher bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors. Wir sind ja aktuell im Clankrieg und ich habe mich schon länger die Frage gestellt, wann denn wohl endlich neue Clan-Vorteile kommen, denn wir sind ja ganz gut auf dem Weg zu Clan Level 12 mittlerweile und wir sehen es an den Clan-Vorteilen, an den Clan-Perks, dass sich eigentlich hier im unteren Bereich bzw. im oberen Bereich oberhalb 10 nichts mehr tut. Ich will jetzt nicht sagen, dass da Langeweile aufkommt, weil man ja eigentlich nur noch nach dem Status des Clan-Levels irgendwo ausgemacht wird, sondern hier muss ich einfach irgendwo was tun, hier muss ich mal wieder ein bisschen was verändern. Ich fand eigentlich, dass gerade der große Einbruch vieler Clans hier bei Clan Level 5 ist, denn mit der eingespendeten Level-Truppe, das heißt also die gespendete Truppe ist ein Level höher, verschafft man sich schon einige Vorteile. Das fand ich sehr, sehr nett und ich glaube Clan Level 8 war noch sehr, sehr gut, dass sich acht Truppen spenden kann anstelle, ich glaube es waren vorher nur sechs Truppen und natürlich die Zeit. Also alle zehn Minuten fordern und dementsprechend immer die Kosten reduzieren, das heißt also ich spende eine Truppe und bekomme 50% mittlerweile der Kosten wieder. Treasury ist natürlich auch nett, bei einem Level 10 jetzt im 10er-Bereich, also im Clan Level 10-Bereich sind das dann schon schlappe drei Millionen an Elex und Gold und 15.000 an Dunklem, was man bunkern kann. Das ist natürlich nicht schlecht, aber es muss irgendwo weitergehen, die Clan-Level müssen weitergehen und vielleicht kann sich Supercell da ja mal was einfallen lassen, vielleicht schreibt er das mal in die Kommentare, ob noch jemand Vorschläge hat, was sie denn eigentlich bringen könnten. Es müssen ja nur kleine Veränderungen sein. Es muss nicht immer dieses Riesenveränderungskonstrukt sein, sondern eher kleine Veränderungen, wo wir kleinere Vorteile davon haben. Es muss nicht dieses Riesending sein, dass wir irgendwo, was weiß ich, nochmal 100% Bonus drauf kriegen auf die Treasury oder dass wir plötzlich drei Level hochgehen, weil dann verschaffen sich natürlich richtig kleine Clans auch Vorteile mit, wenn so eine Truppe drei Level hochgeht. Wir denken mal dran, so ein Level 4 Magier gespendet, der plötzlich Level 7 ist, das ist schon ein heftiger Vorteil, vor allen Dingen für kleine Clans und also nicht für kleine Clans, sondern für Clans, die keine hohen Charts haben. Es gibt ja etliche Clans, die sagen sich bei uns nur bis Rathaus 7 oder 8, das reicht. Wer dann höher geht, muss woanders hingehen und dann kommen halt Leute nach. Da kenne ich einige, die so fungieren und die sind auch mittlerweile Level 6, 7, 8. Also da geht es auch stetig nach oben. Klar haben die meistens ein oder zwei Charts in den Clans, die dementsprechend Endlevel-Truppen spenden können. Das heißt also, die dann hoch genug gehen, dass sie max Level sind, aber die musst du einfach haben, sonst kommst du da letztendlich auch nicht so weit und bist auch nicht ganz so erfolgreich, finde ich zumindest. Also gerade das Level spenden ist schon eine gute Sache und wie gesagt, ab Clan Level 5 mit einem Level hoch, ab Clan Level 10 mit zwei Level hoch, das ist wirklich richtig krass. Ja, wir sehen hier mal einen 3-Sterner, ist eher sehr selten, muss ich sagen, von dem Garagos, der kommt aus unserem Partner-Clan, ist ein bisschen zu Besuch da und haut auch gleich einen 3er raus. Das hier ist natürlich heftig, weil gerade im R-H10-Bereich sieht man das nicht häufig. 40er Queen, 32er König, Top-Helden, voll ausgebaute Truppen und im CK tun wir uns auch im Moment eher schwer. Ich glaube, jetzt fällt Lauterer-Lauterer hat bisher gut gehalten, muss ich sagen. Der hat schon etliche Angriffe auf sich gezogen und wir gucken einfach mal rein, wenn wir schon mal live da sind, dann können wir hier auch kurz mal reinschnuppern, was der Gegner macht. Der Gegner ist ein R-H10, das sehen wir an den Max-Mauerbrechern, an den Max-Magiern, nicht unbedingt an den Helden und ich sehe auch, dass er mit 5er Golems hier reinkommt, ist also ein Rathaus-10er. Und da hat es natürlich eine 9er-Base sehr schwer, die muss schon wirklich gut stehen, muss gut verteidigen. Denn hier gilt es immerhin etwas höhere Truppen abzuwenden, mehr Truppen vor allen Dingen, 20 Truppen mehr abzuwenden, ein Zauber mehr abzuwenden und das ist schon schwer. Ich denke mal, ich muss den Kampf gar nicht bis zum Ende zeigen. Da sind jetzt noch zwei Defenses offen, ganz, ganz viele Hocks, 1 Minute 45, ein Hals sauber. Da muss ich nichts mehr zu sagen, das sind drei Sterne. Aber Lauterer hat lange gehalten, hat viele Angriffe auf sich gezogen und im Moment ist es sehr, sehr eng. Im CK, wir haben im mittleren Bereich diesmal nicht so gut angegriffen, muss ich sagen. Es war zwar immer sehr, sehr knapp, mit Avatar hier 89% oder auch Donnerbänge 93%. Das sind alles knappe Angriffe, da fehlten nur ein paar Gebäude. Letztendlich war die Def schon unten, aber wir haben noch ein paar Angriffe offen. Der Gegner allerdings auch, hat hier oben schon verschossen. Mal gucken, was die oberen 3, 4, 5er hier noch bringen. Und drei Stunden läuft der Krieg noch, da ist noch alles drin. Wir haben aber jetzt unsere letzten drei Sterne eben im unteren Bereich geholt. Beim Gegner war der untere noch offen, das ist allerdings auch ein Rathaus Level 5 oder 6 gewesen. Ja, Rathaus Level 5, also kein Thema. Und dementsprechend müssen wir mal gucken, ob wir das Ding nach Hause schaukeln oder ob das ein Griff in die Tonne wird. Und wir am Freitag in unserem Pflicht CK wieder mit mehr Leuten antreten. 2020 eher unüblich bei uns, aber wir sind auch nur 42 von 50. Viele haben ihre Helden, weil wir festgestellt haben, hier oben im oberen Bereich müssen wir hohe Helden haben. Also ein RH9, der eine Maxed Out Base hat, aber nur 10er Helden, der hilft uns absolut nicht, weil der bekommt immer einen Gegner, der gleichwertig stark oder teilweise stärker ist. Und wir suchen also nach wie vor vor allen Dingen Rathaus 8, denn die gehen uns so langsam aus. Es gibt welche, die gehen jetzt im Moment nicht auf 9, weil wir dann überhaupt keine Achter mehr haben. Und wir suchen also händeringend Rathaus 8, gute Rathaus 8, also keine Beginner. Man sollte schon 7 durchgemaxt haben. Man sollte in 8 gut drin sein oder aber auch gerne ein gemaxter Achter, der sich sagt, ich gehe nicht auf 9. Nein, sei an der Stelle mal gesagt, muss ich einfach mal Werbung für unseren Clan machen, weil im Global, ich werbe hier auf etlichen Channels, keine Chance. Wir haben in den letzten 2 oder 3 Tagen einen einzigen bekommen, der auch bei uns bleibt, ist ein Rathaus 11er. Den nehmen wir natürlich auch gerne, sieht auch gut aus, aber Rathaus 8 ist bei uns gefragt. Ja, wie geht es weiter bei mir in der Base? Da tut sich im Moment nicht ganz so viel. Ich habe einen Bob frei, weil ich ein bisschen farbenfaul war, muss ich sagen, greife auch mit relativ hohen Truppen an. Irgendwie habe ich mich auch anstecken lassen von diesem Event. Und ich bin auch froh, dass es wieder vorbei ist in 15 Stunden, denn der 4-Sterne-Bonus ist natürlich nett. Aber er ist natürlich noch viel, viel netter, wenn man etwas höher ist. Ihr seht selber, Meister 3 ist nicht meine Liga. Da muss ich wieder runter in 15 Stunden, ist das auch der Fall. Dann bin ich ganz sicher, wie da unten im Moment greife ich also mit relativ hohen Truppen an. Was habe ich am Start? 8 Verküren, ein Golem 6x Riesen. 16 Mauerbrecher ist etwas übertrieben, sehe ich gerade. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich hier zwischendurch immer wieder komisch gespendet habe. Da schiebe ich mal die Miner nach vorne und lösche hier mal so ein paar Mauerbrecher auf einmal. So viel brauche ich nämlich bei weitem nicht. Und dann haben wir ein paar Miner mehr. So, 2,37. Da nehmen wir noch einen raus. Dann haben wir 8 Miner, 16 Magier, 8 Valkyren. So ein paar Zauber. Jetzt habe ich natürlich hier einen doofen Zauber. Das ist blöde, da nehmen wir ruhig mal ein Eil mit, ist egal. Ich glaube, den Erdbeben konnte ich hier verspenden. Ah ne, der hat auch schon Erdbeben. Dann kriegt der hier von mir noch einen Riesen. Und wir können mal losziehen. Wir machen einen Angriff. Gucken wir mal, was uns bevorsteht. Ein bisschen Schild haben wir ja noch. Im Moment tatsächlich ist mir Gold und Elex nicht ganz egal. Elex habe ich richtig viel verbraucht. Farme mit dunklen Truppen. Und schaue immer, dass ich ein bisschen Dunkles auch wieder reinkriege. Denn wir haben ja Ziele, dass wir unseren King weiterleveln. Und dementsprechend darf immer ein bisschen Dunkles dabei sein. Bei diesen Kämpfen hier mal sehen. Dadurch, dass ich jetzt in Meister 3 bin, kriege ich allerdings auch Gegner, die ganz anders aussehen als in Gold oder in Kristall. Das ist also alles nicht mehr ganz so einfach hier. Deswegen hat man meistens so ab Meister 3, Meister 2, Meister 1 vor allen Dingen immer nette Truppen am Start. Zum dunklen Farmen natürlich ideal hier oben. Hier oben hat immer fast jede zweite Base hat richtig viel Dunkles in der Base zu holen. Und dementsprechend geht man dann auch ganz gut mit den Helden hoch oder was man noch haben muss. Ich habe ja in vier Tagen auch mein Labor wieder frei. Da weiß ich mal wieder nicht, was ich machen soll. Irgendeiner hatte mir in den Kommentaren geschrieben, Heilzauber. Der geht aber leider nicht höher als 6. Und Giftzauber muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich würde schon gerne Truppe machen. Ich bin mit mir am Hadern, Frost, Zauber oder vielleicht den Lava-Hund. Der Lava-Hund läuft auch nur 10 Tage, denn der Hype um die Loons und um Luftangriffe ist ungebrochen. Scheinbar, ich habe zumindest nichts gehört. Macht Super Zelda auch erstmal nichts dran. Das heißt, es wird nichts genervt. Also kein Loon schmeißt weniger ab. Die haben es ja nun gerade ein bisschen angehoben, dass sie ein bisschen schneller abwerfen. Und okay, der hat nicht viel Dunkles, aber er hat viel vom Rest. Und ich glaube, den nehmen wir mal mit. Der ist inaktiv. Die Inferno-Türme stehen auf... Oh, der steht auf Multi, sehe ich gerade. Und der hier ist ein Single. Okay, wir holen uns dann, würde ich sagen, über den Multi, unsere Base. Dann gehen wir mal hier mit dem Golem rein. Wir haben hier sechs Riesen am Start. Und... Gucken mal. Wir kommen hier sicherlich ganz nett rein. In die Base. So, dann ist es Zeit für die restlichen Riesen. Und wir ziehen die restlichen von denen nach. Die Mauerhainis können durchlaufen. Und wir schicken unsere Walküren mit ins Rennen. Hauen hier gleich zu Anfang mal ein Wut rein. Mal gucken, ob hier irgendwo hingesprungen wird. Ja, die Riesen müssten eigentlich jetzt da reingehen. Tun sie auch. Sehr schön. Dann hauen wir hier nochmal den rein. Den frosten wir mal. So, und wir lassen mal hier ganz geschmeidig unsere... unsere paar Tunnelgräber mit reinlaufen. Und heilen hier nochmal die Walkies so ein bisschen durch. Ja, das sieht gut aus. Wir haben den... Wir haben beide Infernus geschafft vor so einem Single. Aber hier haben wir noch ein bisschen Schiss. Aber ich denke mal, das lege ich auch ab. Ich bin hier im Moment ohne Queen unterwegs. Das sieht auch sehr gut aus. In der Mitte ist noch ein Tesla. Jetzt müssen die ganzen vielen Riesen. Aber da ist noch ein Magier mit dabei. Und... Oh, die Gleis rauchen wir ganz ab. Das ist super. Das ist mein Sternebonus vor allen Dingen. Jetzt gucken wir gleich mal, ob ich den nicht nochmal machen kann heute. Und 438, 555. Das bringt mich wieder ein kleines Stück nach vorne. Pokale natürlich auch super. Und ich habe den Bonus. Aber kann ich nicht nochmal machen. 8 Stunden, dann bin ich im Bett. Und in 15 Stunden fängt erst der Neue für mich an. Das heißt, das lohnt sich nicht wirklich, den nochmal zu beginnen. Ich kann, denke ich mal, runtergehen. Trainiere meine Lieblingstruppe nach. Und gehe einfach ganz geschmeidig wieder in Kristall runter. Es war zwar nett hier oben. Und ich bin auch jetzt schon kurz vorm Meister 2. Aber ich muss hier oben nicht sein. Habe jetzt aber ganz guten Bonus hier in der Clanburg. 1,8 Mille. 1,8 Elex. Das heißt, es ist mindestens eine Mauer auch drin. 9.000 Dunkles. Das ist auch in Ordnung. Ich habe auch ein bisschen ausgegeben. Bin irgendwo so bei um die 50 stehen geblieben. Jetzt sind 46. Ich spende auch viel. Und dann als nächstes Ziel habe ich nämlich einen Langläufer vor. Weil die kurzen Tage, die schaffst du einfach nicht mehr, so viel Gold reinzufarmen, dass ich immer alle Bobs gleichzeitig zu beschäftigen weiß. Ihr seht selber hier Archer Tower 3, 17. Wizard Tower 3, 20. Kanone dann 4 Tage, 2 Stunden. Das ist dann hier zwischen denen sind es nur 3 Stunden Abstand. Also ich kann hier nur 8 Millionen oder 8,5 Millionen aufnehmen. Das ist immer dann nur maximal, wenn ich mich vollfahre, eine Mauer und ein Update. Aber ich habe vor, hier unten diese Luftabwehr abzudaten. Und dafür muss ich noch ein kleines bisschen sammeln. Aber die läuft dann erst mal 12 Tage. Dann habe ich einen Bob etwas länger beschäftigt. Queen 5 Tage. Oder zum CK. Das weiß ich noch nicht. Und dann geht das hier ständig bergauf mit meinem Dorf. Also es sieht gut aus. Wird auch, hier bin ich mal ein bisschen mehr abgefahren worden. Aber der Rest hält sich in Grenzen. Ab und zu kippt mal wieder ein bisschen einer was ab. Also defensmäßig muss ich sagen, bin ich mit meiner modifizierten RH8 oder RH9 Base sehr zufrieden. Da muss ich gar keine andere im Moment haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hatte ja gestern keines gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, was ordentliches hinzulegen. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal. Guckt meine anderen Videos. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesen Clan-Vorteilen haltet, hatte ich ja gesagt. Und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge, wenn es da heißt, der Toto clasht. Und dann sehen wir uns wieder.